Mein Name ist Mike Krüger und bevor ich Entertainer wurde, wollte ich Architekt werden. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt mal zwei Jahre Betonbauer. Meine Damen und Herren, Mike Krüger, Bodo und sein Bagger! Auch auf Highlight-Baustellen wie zum Beispiel den Elbtunnel. Ich fliege der Grab aus der Mütze und mein Brunft wird raus. So krachet doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Dann kam eben die Idee mit Bodo, mit dem Bagger und der Bagger noch. Eigentlich ist es natürlich das Elbtunnellied. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt mal extra eine Elbtunnel-Version. Mir fliegt der Draht aus der Mütze und mein Bruch tritt raus. So ein Krach hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Die Wände wackeln und die Erde webt, weil sich Bodo draußen lässig durch den Elbhang gräbt.